Also auch erstmal einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Rudolf, ich bin Mitarbeiter im IEC TC57 WG10, also eine 61.850, hier im nationalen K952 und Arbeitskreisleiter von dem 014er, der ja eigentlich hier versucht hat, das auszurichten, diesen Workshop. Ja, Positionierung, Harmonisierung von CIM 61.850, wir hatten da vorhin schon gleich eine Folie drin, die wir auch gleich wiedersehen, Heiko hatte die ja schon präsentiert und ich will Ihnen ganz kurz einmal Einführung geben. Unterschiede CIM zu 61.850, etwas über Nutzen und Herausforderungen in dem Bereich Harmonisierung aufzeigen, dann gibt es ja die ersten Arbeitsergebnisse, wir werden uns auch angucken, welche Qualität, wo das steht. Die Norm nennt sich IEC 62.361 Teil 102, um die es da geht und ein bisschen den Ausblick und weitere Arbeiten in dem Umfeld Ihnen erläutern. Ja, dieses ESCAM-Modell war ja vorhin schon einmal gezeigt worden und ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, auf ein paar Aspekte entlang dieser beiden Achsen, die da gezeigt sind. Zum einen das Thema Domäne, das hatten wir in verschiedenen Zusammenhängen schon, eben, Herr Usler hat das ja auch erwähnt, wir haben eine domainspezifische Sprache, das heißt, wir müssen uns darüber klar sein, dass ein Inhalt in einem Prozess der Energieübertragung, Verteilung heißt, ein anderer ist, als wenn ich jetzt mir zum Beispiel den vorhin erwähnteten Gasmarkt oder Gasaustausch angucke, da habe ich ganz andere Elemente, die ich beschreibe. Also Domänen sind sehr, sehr wichtig. Wir sehen auch, dass der Bereich, den IEC 61.850 und ZIM hier entlang dieser Achse abdecken, eben reinreicht bis in die Erzeugung, aber dort nicht den gesamten Prozess beschreibt. Das ist vielleicht nicht ganz richtig, wenn ich mir jetzt den Prozess anschaue in dem Bereich Wasserkraft. Dort nutzen wir die 61.850 in einer speziellen Form, um auch diesen Bereich mit abzudecken, aber im Moment existieren noch keine entsprechenden kompletten Modelle für die Energieerzeugung mit Dampferzeugern oder Ähnliches, da wird dran gearbeitet werden, aber wir sind eben noch nicht da, also die gesamte Kette damit abzubilden. Und genauso auf der anderen Seite der Verbraucher, auch dort sind wir bis zu bestimmten Punkten und Sie wissen vielleicht, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die einen Auftrag hat, die Schnittstelle zwischen der Industrieautomation, der Smart Factory und dem Smart Grid zu beschreiben. Auch das macht natürlich einen gewissen Sinn, dort entsprechende übergreifende Dinge zu haben. Ich war in Tokio gewesen beim IEC-Meeting des TC57 und dort hatten wir interessanterweise einen Vortrag gesehen von dem IEC-Technischen Komitee 3, das sich damit beschäftigt, einmal zu sammeln, welche Semantiken es überhaupt in dem gesamten IEC-Welt gibt. Und man hat sich dort nicht einigen können auf das Format, also da ist man wieder auf Excel gekommen, sehr zur Freude von vielen, aber eines der wesentlichen Use Cases, mit denen man begonnen hatte, war das ZIM zu betrachten, das zweite sollte dann 61,850 sein, also insofern sieht man schon, dass das Thema ZIM schon in der IEC als sehr, sehr wichtig betrachtet wird. Schauen wir uns einmal die andere Achse an, die Sons oder die, ja, ich sag mal, die Hierarchie-Ebenen. Es ist ja nicht nur ein Unterschied hinsichtlich der Informationsdetailgrad, den wir dort haben, also der Flughöhe, die ich mal so salopp ausdrucken würde. Wenn ich von einer Betriebsführung eines Netzes reinschaue in das Netz, dann interessieren mich bestimmte Detailgraden, die ich vielleicht auf Prozesserebene habe, nicht mehr. Wenn wir uns eine Stationsautomatisierung anschauen heute, dann können wir in einer mittelgroßen Anlage von 10.000 bis 20.000 Datenobjekten ausgehen. Wenn ich das hochrechne über das gesamte Netz, dann würde das ein Overkill darstellen. Das heißt, es ist ganz logisch, dass der Detailierungsgrad, je weiter ich nach oben komme, reduziert werden muss. Das machen wir bei der Netzleittechnik ja letztlich auch damit, dass sich ja Informationen für denjenigen, der Betrieb macht, ja auch durch zum Beispiel Zooming, Decluttering reduzieren kann, damit er nicht überfordert wird. Und letztlich, unsere technischen Systeme sind zwar in der Lage, sehr viel mehr Daten zu handhaben, aber es ist letztlich das Gleiche. Ich muss nicht alles ingenieren. Ein zweiter Aspekt, der hinzukommt. Wir hatten vorhin das Thema Echtzeitdaten. Ein ganz relevanter Unterschied. Wir haben es bei den IEC 61850, um Informationen zu tun, die einen Echtzeitcharakter haben. Zumindest teilweise. Wir haben Informationsaustausch in zwei Richtungen. Vertikal, nämlich vom Prozess, Feld, Station Richtung Netzbetriebsführung, Operation, die im Verhältnis noch relativ langsam sind. Wobei, wir hatten ja vorhin von einem Siedler gehört, da war es die Fragestellung nach adaptiven Schutzkonzepten. Ist das noch, ja, ist das schon eine Echalzeit? Wir können davon ausgehen, die Frage ist, wenn ich also Schützeinstellungen online verändern möchte, die über die Komplexität einer Kennlinienumschaltung hinausgehen, dann müssen diese Daten konsistent sein. Sie müssen konsistent an beide gehen. Und damit habe ich ein gewisses Echtzeitverhalten, das ich in Zukunft in der vertikalen Richtung bekomme. In der Horizontalrichtung haben wir dies auch seit langem. Wir hatten früher den Ringleitungen in den Stationen zwischen Geräten gehabt. Das war natürlich mit Lichtgeschwindigkeit auf der elektrischen Leitung. Aber die ersetzen wir durch Kommunikation. Das heißt, dort reden wir über Millisekundenbereich. Ich sehe jetzt schon Anwendungen, die angefragt werden, einen solchen Echtzeitdatenaustausch auf Sampled-Value-Ebene zwischen Stationen zu realisieren, über IP-basierte Netzwerke. Es gibt sehr wohl schon seit langem die Implementierung von den Schutzeinrichtungen, den Teleprotection, über Netzwerke eben Informationen zwischen Stationen auszutauschen. Auch das werden wir im Laufe der Zeit immer stärker umstellen auf 61 auf 50 basierte Konzepte. Das heißt, wir reden hier auch nicht nur über Daten, sondern über deren Übertragungseigenschaften und über deren Detailgrad, den wir in den unterschiedlichen Ebenen haben. Und deswegen ist auch die natürliche Grenze irgendwo der Übergang zwischen Stationen und das, was wir hier Operation bezeichnen. In der Station sind wir in einem lokalen, abgeschlossenen Gebiet mit überschaubaren, ja ich sag mal räumlichen Ausdehnung. Wir reden aber bei der Schnittstelle zwischen Stationen und Operations über viele, viele Kilometer, über Warnarchitekturen und somit über ganz andere Möglichkeiten auf Daten zuzugreifen. Alles oberhalb der Operation Enterprise ist kein Realzeitverhalten mehr oder in der Regel kein Realzeitverhalten mehr. Das heißt, da kommen die ganz normalen Netzwerke zum Einsatz, die dort eben die Informationsgeschwindigkeit in Fluss bestimmen. Also nicht nur eine Frage der Datenmodellierung, sondern eben auch der Eigenschaften. Wir haben ein klein wenig über Architekturen schon gesprochen. Ich habe hier nochmal, und ich bin jetzt nicht sicher, dass es das letzte Bild ist, aber aus dem Überblick der Archisystemreferenzarchitektur der IEC einmal herausgenommen, wie die IEC die verschiedenen Elemente an Standards und deren Positionierung sieht. Und da sehen wir zwei Bereiche, ich habe sie auch wieder in den gleichen Farben markiert, nämlich grün in dem unteren Bereich, wo die IEC 61850 orientiert ist und oben den rosafarbenen mit Zim. Dort sehen wir, dass also auch entsprechend diese Ebenen erst einmal komplett separiert sind. Also für den Datentransfer und Datenaustausch mit mehr oder weniger Echtzeitdaten sind die unteren Ebenen gedacht. Sie stehen dort parallel zu anderen Mappings. Und wir wissen alle, es gibt heute zum Beispiel die 103, die 104, die 101 als Kommunikationsmedien. Und der wesentliche Unterschied zu diesen Protokollen, die ja letztlich in den, sagen wir mal, 80er Jahren, Anfang der 90er entstanden sind, zu 61,850, ist eben das Fehlen einer Semantik. Wir haben dort keine semantische Beschreibung, die weitgehend durchgängig ist, die auch eine Selbstbeschreibung der Daten auf der Schnittstelle selber erlaubt. Eines der Gründe dafür, warum wir nicht darüber reden, wie wir 104 mit Zim verheiraten. Das hat keinen Sinn. Wenn es keine Semantik gibt, kann ich auch nichts verheiraten. Deswegen kann das also nur mit der 61,850, die in dem unteren Einsatzbereich für die Stationen oder für die Netzautomatisierung in der Breite gedacht ist, passieren. Ja, eine kleine Zusammenfassung 61,850. Was ist der Unterschied? Wir haben es hier mit einem hierarchischen Datenmodell zu tun, das für bestimmte Anwendungsbereiche gedacht ist. Ursprünglich gingen wir davon aus, dass wir, als wir den Entwurf 1994 geschrieben haben, es nur um die Kommunikation in Stationen geht. Und so hieß ja auch der Standard. Das haben wir mit der Edition 2 komplett geändert. Dort hieß es dann nämlich Power Utility Communication. Also sprich alles, was in die komplette Betriebsführung von elektrischen Energienetzen zählt. Und damit eben auch, dass die Erweiterungsmöglichkeit geschaffen, Richtung Wind, Richtung Wasserkraft und anderen, die jetzt noch folgen werden. Fokus auf Interoperabilität. Ganz wesentlicher Aspekt steht in dem Teil 1 drin, dass Interoperabilität eben das Ziel ist. Wir wissen, dass wir heute Ergänzungen machen oder Interpretationen machen von 61,850, die auch noch einen Schritt weiter gehen, die auch eine gewisse Austauschbarkeit ermöglichen, ist aber in dem primären Fokus des Standards so nicht drin. Ja, wie haben wir dieses hierarchische Datenmodell strukturiert? Wir wissen alle, ein Datenmodell ist eine Abbildung eines physikalischen Prozesses oder zum großen Teil eines physikalischen Prozesses. Und wenn man sich einmal das Bild rechts unten da anschaut, dann sieht man da irgendwo den Leistungsschalter stehen und die Brille, die wir letztlich drauflegen auf die Information. Nicht alles interessiert uns. Die Farbe des, ich sage mal, der Tank-Leistungsschalters, der hier steht, der ist uns ziemlich egal. Also diese Property würden wir sicherlich nicht modellieren, ob das Silber, Schwarz oder was auch immer ist. Sehr viel interessanter sind aber Sachen wie Schaltzustände, wie Zustandsinformationen über den, ja, wir würden so schön neudeutsch, Asset Health sagen, also sprich über die Fähigkeit, überhaupt innerhalb der gegebenen Anwendungsbedingungen zu agieren. Wir haben Informationen über Schaltspiele, wir haben Informationen über vielleicht den SF6-Gasdruck innen drin. und das ist ein gutes Beispiel. Es interessiert vielleicht auf der Netzleitebene überhaupt nicht, was der konkrete Druck oder die konkrete Dichte an SF6 in einer solchen Leistungsschalter ist. Es interessiert mich dort, ist er für den Netzbetrieb ausreichend, also im Prinzip eine Ampel, oder muss ich irgendjemand mal dorthin schicken, der das kontrolliert. Das heißt, die Informationsart und Weise der Hand oder die Betrachtungsweise wird sich also wandeln. Die Informationen selber sind dort in einer bestimmten Form organisiert. Wir reden von sogenannten logischen Devices, Logical Devices oder logischen Geräten. Warum? In der Realität hatten wir früher angefangen, jede Funktion mit einem eigenen Gerät zu implementieren. Ganze Schaltschränke voller eigenen Geräte. Und das führte dazu, dass das zum Beispiel im Ausland, gerade in den USA, durchnummeriert wurde. Das war ein Ordnungskriterium. Und wer heute über eine Schutzfunktion diskutiert, zum Beispiel 21 Distanzschutz, der hat ein solches Modell von amerikanischen Vorstellungen im Hinterkopf. Und dann gab es einen Überstromzeitsschutz mit einer anderen Nummer. Das ist ein Ordnungskriterium. Wir haben die vielleicht ganz anders genannt, aber im Prinzip eine erste Art von semantischer Bedeutung. In IEC 16850 sind wir da etwas konsistenter vorgegangen und haben uns wirklich angeguckt, was gibt es denn an Funktionalitäten in diesem Umfeld und sind entsprechend vorgegangen, haben eine Liste erstellt, die in dem ersten Entwurf, ich glaube, waren nur um die 110 logischer Knoten, die dort in der Edition 1 drin waren. Diese logischen Knoten repräsentieren also die Funktionen. Sie müssen natürlich zusammengeführt, werden zusammengehalten und deswegen haben wir letztlich den Container geschaffen, ein Logical Device. Ich werde auf dem nachher nochmal rumreiten, weil Sie werden sehen, dass das also eines der unterschiedlichen Sichtweisen ist, die wir gerade auch als Schwierigkeit haben. Dass logische Knoten oder Funktionen letztlich irgendwelche Datenobjekte nachher haben, ist, glaube ich, ganz klar, dass die dem hierarchisch untergeordnet sind auch und dass die auch vielleicht dann noch Attribute bekommen, Beispiele, Attribute könnten sein, eine Zeit, es könnte sein, die Qualität dieser Information. Wir machen das aber nicht in einem Wildwuchs, sondern der Begriff vorhin Klasse ist ja schon gefallen. Auch wir benutzen Klassen dafür, um solche Datenobjekte und Logical Nodes auch vernünftig zu beschreiben. Etwas, was es überhaupt nicht in SIM gibt, und da sind wir schon bei einem Unterschied, ist ein Mapping auf ein Kommunikationsprotokoll. Wir haben SIM, ein reines Datenmodell. Wie die Informationen tatsächlich von A nach B dann kommen, ist eigentlich nicht unser primärer Interesse. Dafür gibt es Methodiken. Hier handelt es sich aber um dezidierte Kommunikationsprotokolle, die in ihren Eigenschaften unten drunter beschrieben sind, mit denen diese Strukturen unterstützt werden. Wir haben im Prinzip heute zwei, nämlich 8.1, das sowohl die vertikale Kommunikation mit MMS beziehungsweise die horizontale Kommunikation mit einem direkten Mapping auf ISO IEC 8802-3 abbildet. Und wir haben 9.2, sogenannte Sampled Values, die also sehr schnelle Messdaten sind, Abtastwerte, in der Größenordnung 4.800 Hertz, also 4.800 Samples pro Sekunde, die dort durch die Gegend geschickt werden. Neu in der Diskussion, und das ist sicherlich ein Einfluss, ja nicht der Energiewende, aber des Auftretens von dezentralen Energieerzeugern, die in der Breite irgendwo sind. Die Frage, kann man effektiver kleine Mengen an Informationen durch die Gegend schicken, um damit letztlich auch einer Betriebsführung die Informationen aus der Breite in einfacher Weise zur Verfügung zu stellen. Und das sollen die Web-Services machen, die in Arbeit sind, das Mapping 8.2. Ja, und dann der dritte Punkt, und der ebenfalls sehr wichtig ist für uns, die einheitliche Konfigurationssprache, die SCL, die ursprünglich Substation Configuration Language, also noch den Footprint oder den Fußpunkt in der Station hat, oder System Configuration Language, wie es eigentlich heißen müsste. Mit der sind wir in der Lage, das Ganze zu beschreiben, um interoperable Systeme zu generieren, die aus Komponenten verschiedener Hersteller bestehen können. Das ist also ein ganz wesentlicher Aspekt dieser 61.850. Ich glaube, ich brauche auf diese Folie nicht so sonderlich einzugehen, wir hatten ja schon eben da entsprechende Vorträge von der Tanja Kostic und von der Nierte Zöller zu dem Thema. Insofern nur noch mal wichtig, hier sind Pakete definiert, die bestimmte Anwendungsfälle beschreiben, eigentlich auf relativ hoher Abstraktionsebene, Netzführungssysteme für Verteilnetze, für Transportnetze und für Märkte die Informationsaustausch. Wir haben eine Klassenstruktur, wir haben die gesamte Vererbung letztlich dort auch gesehen und die Assoziationen, Aggregationen zur Verbindung. Diese UML-Modelle verwenden wir mittlerweile auch in 61.850. Das ist neu seit der Edition 2, dass wir hergehen und alles, was wir in der Norm in 61.850 machen, auf UML basierend und hier gilt ein ganz großer Dank an die Tanja Trostitsch, die uns da extrem geholfen hat. Es war wirklich viel, viel Arbeit und insofern ist das jetzt zu einem ganz wesentlichen Punkt der Qualitätssicherung dieses Standards geworden, weil ohne das wäre eine Konsistenz in den vielen, vielen Teilen, die entstehen, um das aus der Station rauszubringen, nicht möglich gewesen. Ja, Nutzen Herausforderungen. Heiko hat es eben schon erwähnt, es geht um Effizienz und das gibt verschiedene Aspekte. Verbesserung der Interoperabilität von Anwendungen, die beide Datenmodelle verwenden. Also Netzleitebene auf SIM, Station auf 61.850, wir haben unten ein geschlossenes semantisches Modell in Form einer SCL-Beschreibung und eine neue Station muss in das Netzleitssystem eingepflegt werden, das kann dort, wenn dort entsprechende Transformationsregeln vorliegen, sehr viel einfacher und vor allen Dingen nicht nur einfacher, sondern fehlerfreier Erfolg. Alles, was wir automatisiert machen können, wo wir auf regelnbasierende Prüfungen laufen lassen können, erhöht die Qualität und das ist eines der wesentlichen Punkte. Alles, was manuell ist, wo der Mensch dran sitzt, hat eine gewisse Farbe von Fehlern, das haben wir natürlich im Transformationsprozess auch und dann wird es reproduzierbar und immer so sein, bis wir es ausgebaut haben, aber die Spontanen, die sehr viel schwieriger zu finden sind, die schließen wir damit zumindest auch. Die Durchgängigkeit kann man erst damit auch gewinnen, wenn wir letztlich eine Kommunikation haben, die von der Station bis zur Netzführung geht und dann die Datenmodelle entsprechend überführt werden. Das ist heute noch nicht der Fall. Wir haben heute Station mit 61,850 und in einem überwiegenden Fall wird die Kommunikation zur Netzdeitebene mit 104 oder 101 oder in anderen Teilen der Welt mit anderen Protokollen gefahren. Da verlieren wir die semantische Kopplung dabei. Insofern ist es wichtig, dass wir die 61,850 bis zum Skada Fronten bringen. Daran wird gearbeitet, der Teil ist gerade in Fertigstellung oder gerade veröffentlicht worden, der Teil 90,2 16,850,90,2, der genau dieses fehlende Glied schließt. Und das wird auch letztlich die langfristige Ablösung der 104 und 101 sein. Aus der Betrachtungsweise der Vorteile und bessere Qualität, effizienter, schnellere Umsetzung, ist es klar, dass es Eingang in verschiedene Smart Grid Roadmaps fand, und das war ja vorhin schon von Rüdiger gesagt worden, in den verschiedenen von NIST, NZOE, von DKE oder im M490 Mandat, in dem, was daraus entstanden ist, in der europäischen Übersicht über die Standards im Smart Grid Bereich, ist ganz klar die Forderung nach der Harmonisierung enthalten. Also es ist eine Forderung, die an die Normungsgremien gestellt wurde. Was sind die Herausforderungen? Wir haben zwar beide Standards auf Basis von XML, wundervoll, wir verwenden abstrakte Modelle, Service-Modelle teilweise, und wir haben UML eingeführt zur Dokumentation, aber die Unterschiede liegen eben im Detail in der Art der Konzepte, Vererbung versus Aggregation, der Struktur assoziativ versus hierarchisch, der Namensgebung, und es gibt heute keinerlei Beziehung der Modelle und Regeln für die Informationsobjekte zueinander. Das ist das, woran wir arbeiten müssen. Schaut man mal in den im früher veröffentlichten ersten Entwurf, den ersten CD für diese Norm hinein, es steht hier unten der entsprechende Titel, IEC 57 1538 CD, dann gibt es da eine Tabelle, die habe ich mir mal erlaubt, ein bisschen versucht, einzudeutschen, zumindest den Beschreibungsteil, und dort sind im Prinzip fünf unterschiedliche Elemente oder Teile aufgeführt, die man sich genau angucken muss. Und zwar einmal die Frage Funktion und Geräte mit Bezug auf den Primärprozess und dort auch dann noch das Thema, wie sieht die Topologie aus. Gut, in der SCL, in der Abbildung, und wir wollen ja letztlich das Ganze auf dem Datenmodell Ebene betrachten erst mal, gibt es dort Hierarchien, die definiert sind, und da arbeiten wir auch dran, das noch ein bisschen zu verfeinern. Substation Line Process wurde eingeführt oder wird eingeführt. In SIM gibt es entsprechende Dinge und Container. Es gibt, wie wir vorhin gesehen haben, die Terminals und Connectivity Nodes und Associations, die Topologie beschreiben. Es gibt entsprechende Knotenpunkte in der SCL, mit der also auch eine Topologie beschrieben werden kann. Das sollte also nicht unbedingt das große Problem sein. Wir haben einen weiteren Punkt, auch das war in dem Beispiel drin, Sie erinnern sich mit dem Rechteck und dem Kreis und den XY-Koordinaten, also den Diagram-Coordinates, die zum Zeichnen des Einstrich-Schemas zum Beispiel dienen können. Die sind definiert in SIM, das Diagram-Layout, aber wir haben die Diagram-Coordinates in der SCL nur informativ und informativ heißt, kann man machen, muss man nicht machen, ist nicht verpflichtend. Und das ist natürlich ein Punkt, wo es dann interessant wird, wenn diese Dinge nicht da sind, kann ich sie nicht automatisch überführen. Da müssen wir uns also Gedanken drüber machen, ob im Rahmen der Harmonisierung hier eine gewisse Verpflichtung reinkommt oder nicht. IED-Instanzen, das wird nun ganz interessant. Erstmal, der Begriff IED steht für Intelligent Electronic Device, sagt erstmal gar nichts, es sind die Geräte, die sich in der Prozessebene befinden, also ganz unten in der Station, zum Beispiel eine Schutzeinrichtung, eine Feldgeinheit, die betrachten wir als intelligentes elektronisches Gerät. und die sind am Ende die Elemente, die auch tatsächlich die Funktionen ausführen, enthalten also Logical Devices und Logical Nodes und alle Datenattribute, Datenobjekte und alle Datenattribute unten drunter. Die Frage ist, gibt es dafür eine entsprechende Repräsentanz auf SIM-Ebene und da gibt es eigentlich zurzeit nur eine, nämlich eine Fernbegrunterstation. Nun wissen wir, wenn wir ein Stationsautomatisierungssystem aufbauen in einer 20-felderigen Anlage, dass wir da unten 20 Schutzgeräte, vielleicht, wenn es nicht um eine Hochspannungsanlage handelt, auch noch 20 Feldgeräte zur Steuerung, Überwachung haben, das heißt, wir haben 40 Geräte, die als Einzelgeräte da sind, mit ihrer eigenen Health, mit allem drum und dran, was dazu notwendig ist und dann sitzt oben drüber ein Fernbekkopf, der all diese Informationen zusammenpackt, ein Proxy und nach oben schickt. Das heißt, wir haben keine 1-zu-1 Repräsentanz hier und Schutzgeräte sind auch in der Form so in SIM nicht richtig modelliert, es gibt glaube ich einen Überstromzeitschutz, aber einen Distanzschutz hat man schon mal gar nicht mehr, also auch die Granularität dort wird schwierig. Das ist ein Punkt, an dem wir uns konzeptionell etwas überlegen müssen und gegebenenfalls auch in SIM vielleicht die eine oder andere Erweiterung notwendig wird. Messwerte, Statusinformationen, steuerbare Objekte, Einstellwerte und Parameter, die fallen in zwei Kategorien, in SIM, SIM Measurements und SIM Object Attributes. Abgesehen davon, dass ich nicht glücklich bin mit dem Begriff Measurements, der einfach aus dem amerikanischen so rübergekommen ist, wenn es sich um eine digitale Information handelt, das ist halt einfach eingeführter Sprachgebrauch, aber dahinter verbergen sich auch noch Funktionalitäten. Steuerbare Objekte zum Beispiel haben wir ganz bestimmte Prozeduren zur Folge im Ablauf der Kommunikation, in Betrachtung der Kommunikation in der 61-850-Welt. Das gibt es in SIM überhaupt nicht. Das wird nicht betrachtet an der Stelle. Insofern muss man bei diesen ganz speziellen Typen hinschauen und sich überlegen, wie man dort Abbildungen von bestimmten Funktionalitäten findet. Ja, und dann ganz unten Kommunikation hatte ich gesagt, ist kein Bestandteil von SIM, ist aber in der SCL enthalten. Ja, die 62-63-102, die Zielsetzung. Diese wird eine technische Spezifikation werden und ist damit eigentlich gedacht, Regeln zu definieren, nach denen eine Transformation von der SCL Richtung SIM erfolgen kann. Ich habe mal das Bild rauskopiert aus dem aktuellen Entwurf. Da sieht man so ein bisschen das, was ich eben in der Tabelle erläutert habe, was lässt sich denn direkt nun zuordnen. Da sieht man schon, dass eine ganze Reihe von Dingen nicht so direkt zuordnbar sind in den Hierarchien. Wir müssen also einen anderen Weg finden. Da wir keine 1-zu-1-Überführung machen können, müssen wir uns sogenannte Use Cases angucken, also sprich Anwendungsfälle. Und da sind einige definiert worden. Nur anhand dieser Anwendungsfälle können wir wieder vorgehen, ähnlich wie das mit den Profildokumenten ist, eine Auswahl zu treffen, können wir es also hier mit den Anwendungsfällen machen, die durchzuspielen und sagen, was wäre dafür notwendig, damit das funktioniert. Es wird also nicht die Möglichkeit geben, hier den Stapel 61.850 dann den Stapel SIM zu haben und dann gibt es da was komplett Automatisches, was da einmal drüberläuft und das funktioniert. Also Plug and Play wird so nicht sein. Aber was geht es für bestimmte Anwendungsfälle, die Dinge festzustellen, die uns noch fehlen und zwar auf beiden Seiten der Standards, um das einzubringen. Was man schon festgestellt hat und das ist nicht verwunderlich, ist, insbesondere auf der SIM-Seite vielleicht ein bisschen mehr zu tun ist. Das liegt aber an der Flughöhe. Wir haben eine sehr hohe Abstraktionsebene, wenn wir von oben, von einem Enterprise-Level aus runter gucken in die Station, ich habe unten eine sehr viel größere Detailtiefe, ergo dessen muss ich gucken an der Stelle, inwieweit das also funktioniert. Ja, was sind diese Use Cases? Man hat im Prinzip drei vorgeschlagen, ob die alle drei gemacht werden, dahingestellt, man hat aber mit dem Wesentlichen angefangen, das was ich vorhin schon erwähnt habe, der Konfiguration der Leitstelle auf Basis, Entschuldigung, den Schreibfehler, von 61 A50-SCL. Dann eine zweite Sache, Test und Validierung von Leitstellenfunktionen basierend auf empfangenen 61 A50-Daten und ein etwas komplexes Beispiel, das, was wir glauben, sicher Aufgabe ist, um da ganze Dissertationen drauf zu schreiben, die Spannungs- Blindleistungsregelung, die man verteilt unter Einbeziehung aller Ebenen macht und das Ganze eben auf 61 A50 und SIM mit Echtzeitkommunikation abbildet. Das wird ein spannendes Thema werden. Ich kann sagen, unser Unternehmen hat also da eine entsprechende Doktorarbeit gestartet, um das mal ein bisschen aufzuarbeiten, wobei wir nicht glauben, dass es tatsächlich komplett möglich ist. Aber wir wollen die Randbedingungen auswählen, wir wollen ein bisschen hier diesen Prozess unterstützen, um zu sehen, wo sind da Randbedingungen. Ja, was wird nicht betrachtet? Und das ist eigentlich das Interessante dabei. Simulation ist außen vor. Schutzkoordination und adaptiver Schutz ist außen vor in dieser Betrachtung. Das liegt aber weniger an der 61-8-50-Welt als vielmehr oben, das, was ich sagte, am SIM. Systemschutz ist außen vor und Asset Management ist momentan außen vor. Heißt nicht, dass diese Use Cases nicht betrachtet werden. Das heißt nur, dass sie im Moment, im jetzigen Stadium noch nicht gesehen werden oder noch nicht geplant sind. Ja, Einzelelemente des Mappings und das ist nur ein Ausschnitt. Ich hatte vorhin erwähnt, als wir angefangen haben mit der 61-8-50-Edition 1 hatten wir so 110 logische Knoten und das ist das, was Sie in dieser Tabelle in der linken Spalte sehen. Da sehen Sie Namen und das sehen Sie hinter die Datenobjekte und Sie können sich vorstellen, wenn das 110 logische Knoten sind, 70 Datenobjekten, wie lang diese Tabelle wird. Und man guckt jetzt also im Prinzip, was ist die 61-8-50-Beschreibung und was ist die dazugehörige SIM-Beschreibung. Gibt es die? Im Prinzip genau das, was man machen muss, man muss erst mal feststellen, redet man dieselbe Sprache, ist der selbe Inhalt hinter. Wenn nicht dasselbe Inhalt hinter ist, ist es nicht dasselbe Datenobjekt oder dieselbe Information, über die man redet. Also das muss wirklich durchdekliniert werden, die Arbeit ist begonnen worden, man hat auch das eine oder andere schon festgestellt, wo es dort eben hakt. Was wird in diesem Mapping, diesen Einzel-Elementen verglichen, Equipment und Sim-Measurements, dann die SCL-Substation Section, SCL-Elements in Sim-Classes, Equipment-Types und Codes, Connectivity-Modeling, Stromwandler- und Phasen-Modellierung, ein sehr interessantes Thema, Logical Nodes und Sim-Measurements. Also all diese ganzen Dinge werden betrachtet und abgearbeitet und das bezogen auf den Use-Case, weil es macht keinen Sinn, dass wir uns jetzt um Use-Cases Gedanken machen, die vielleicht ganz anders gelagert sind. Also wir fangen mit diesem Mapping der Station auf die Sim-Welt an. Bin ich so über die Zeit? Ja, okay, also kommen wir auch gleich zum Schluss. Wir hatten die erste Kommentierung und wir haben 122 Kommentare aufgezeichnet wurden an dem ersten Draft im Verhältnis eigentlich wenig, ich hätte mit mehr gerechnet, aber die führen dazu, dass dort einige Sachen wirklich konzeptionell noch mal überdacht werden müssen. Die Taskforce arbeitet an einem neuen Draft für einen zweiten CD. Dieser neue Draft wird dann auch entsprechend diese Kommentare berücksichtigen, mit einarbeiten und dort gibt es eben momentan fünf Hauptrichtungen, diese Überarbeitung voranzuschreiben oder zu betreiben in Richtung Substation Data, in Richtung Measurements, Status Controls, Settings and Parameters, Communication, Configuration und Diagram Data. Dann wird es notwendig sein, eine Runde zu drehen über die Working Groups 10, 13 und 14 und ich kenne momentan noch nicht den neuen Termin für den zweiten CD, ursprünglich war für Ende diesen Jahres geplant, das glaube ich nicht, dass das noch passiert, aber irgendwo im Laufe des nächsten Jahres sollte der also kommen, ich weiß nicht, Heiko, ob du mehr weißt, zu dem Stelle, aber das Letzte, was ich vom Herb vorgesehen hatte, war ohne Termin. Gut, das ist der Stand, wichtige Arbeit, nicht einfach, aber auch nicht unmöglich, das hatte vorhin schon Herr Rüdiger betont, jeder hat für seine Use Cases etwas irgendwo im Köcher, mit dem er arbeiten kann, wir wollen natürlich eine standardisierte Lösung für bestimmte Transformationen haben und deswegen arbeiten wir auch da weiter dran und wenn es zwei Tage länger dauert, ist es glaube ich der Qualität geschuldet, die man da reinsteckt, sich wirklich Gedanken zu machen, wie das funktionieren kann, die Ansätze und die Notwendigkeiten für beide Normen waren vom Ansatzpunkt in den jeweiligen Jahren komplett unterschiedlich und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass wir da keine 1 zu 1 Deckung haben, aber das ist das Leben halt. Ja, das war mein Bericht dazu, gerne Fragen. Ja, vielen Dank für den Statusbericht, man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass dieses Projekt gestartet wurde, es gab ja schon mehrere Versuche, aber diesmal haben wir wirklich die Chance, das fertigzustellen, weil es das erste Mal auf, es wird sich konzentriert auf einen wesentlichen Anwendungsfall und vorher, so war meine Wahrnehmung, hat man immer die Weltformel gesucht, mit ganz vielen Anwendungsfällen, um das allgemeingültig zu machen und hier geht man jetzt richtig mal pragmatisch vor und sagt, was ist der relevante Anwendungsfall, den stellen wir in den Fokus, der Rest kann mal später kommen und ich glaube, das ist zielführend. Fragen? Prima. Ich frage mal ganz konkret, jetzt auch in Richtung Anwender, braucht man das? Bisher haben wir es ja nicht gebraucht. An die Harmonisierung oder braucht man die Harmonisierung? Da braucht man die Harmonisierung. Ja, das meine ich schon, weil wir haben Stationserlehen, die bei einem Stationserlehen nicht verhandelt werden, das ist natürlich die Daten und das ist das Ding. Und dann hätte ich vielleicht schon gefragt, gibt es eigentlich was, was ich jetzt schon verwenden könnte, wo ich einen Hersteller, der mir jetzt eine Schnittstelle implementiert, um Daten zu übernehmen, den ich sagen kann, wenn man da hat, das war noch ein Umfeld, das ist am Gang. Ist das schon so ausgereist, dass es den Hersteller was gehen kann? Ich würde es mal andersrum formulieren. Sie arbeiten ja an einem, für die Anlagen, die ausgeholt werden sollen, an einem Profil im Prinzip, 61,850. Also sprich, das muss die Anlage immer bringen, so sollen unsere Anlagen modelliert sein. Man kann auf Basis dieser Auswahl sehr wohl hinschauen, wie dann ein entsprechendes SIM-Modell aussehen soll und dafür Transformationsregeln schaffen. Das ist im Prinzip dieser Use Case unter Betrachtung einer ganz spezifischen Ausprägung. Und dafür lässt sich mit Sicherheit das sehr viel einfacher gestalten als das, was wir momentan machen. Das, was wir machen, ist ja da schon wieder ein bisschen breiter angelegt, indem wir über die gesamte Norm drüber gucken, wo Sie eine Auswahl getroffen haben. Insofern sieht man schon, wo es hängt. Man kann das entsprechend berücksichtigen, kann gucken, wie lösen wir das bei unserer Implementierung, wenn im Leitsystem ZIM-basiert ist. Das sollte nicht unmöglich sein. Kann ich bei diesem Beispiel eigentlich IRC-Ansatz 50-Projekt eine konkrete Lösung nehmen und daraus ein ZIM-Projekt entwickeln, um dann sicherzustellen, dass beide moderne vollständig sind und das dann miteinander betrifft? Gute Frage. Erstmal müssen wir uns darüber unterhalten, was die IRC-61-850-Profil abdecken wird, was ZIM-Profile abdecken, wo das eventuelle Gemeinsamkeiten und Delta sind und dann eventuell noch dazu bringen, das, was Sie jetzt interessiert, ist das Firmenprofil damit auch noch deckungsgleich. Das kann durchaus wieder unterschiedlich sein, weil Sie ja noch bestimmte Anwendungselemente dort mit reinlegen. Es wird also noch detaillierter sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir vielleicht diesen Ansatz klarstellen können mit dem erwähnten Dokument, was Heiko vorhin erwähnte, nämlich, dass IRC selber klarstellt, was sie unter den Profildokumenten versteht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Transformationsregeln dazu dienen, wie kann ich von dem einen zum anderen kommen. Ja, also ich sage mal, mit automatisch habe ich immer meinen Bauchschmerzen, dass alles so automatisch geht. Ich glaube, ohne die Engineering-Leistung eines Menschen und dessen Sachverstand geht es nicht ganz. Das wollen wir auch nicht einsparen. Ne, wir wollen ja noch was zu tun haben. Ja gut, dann herzlichen dann herzlichen Dank.